Der EHC Olten auf Radio Inside. Präsentiert von der aargauischen Kantonalbank. Der Meiskopf, eine Gratulation zum 7-1 Heimsieg gegen HC Sier. Heute haben wir einen überzeugenden EHC Olten gesehen. Wie hast du es gesehen? Ja, ich glaube wir haben 16 Minuten gut gespielt. Und das wichtigste ist, dass wir nicht den Fokus vergleichen, wenn es gut läuft. Und wir konnten 60 Minuten durchziehen. Sogar zwei Shorthandern konnte man schiessen. Die Powerplay ist auch noch eingegangen. Also die Special-Teams haben funktioniert. Heute hat alles für einen EHC Olten funktioniert. Ja, genau. Ich glaube an das System. Jeder spielt, wie er muss. Und ich glaube mit dem können wir immer mit einem guten Plan zum Sieg gehen. Wir haben einen neuen Assistenztrainer bekommen. Nenem Tommy Schödin, der für eine Defensive zuständig ist. Wie hast du ihn bis jetzt so erlebt? Und hat er schon seine Philosophie euch ein bisschen beibringen? Ja, sicher. Also ich bringe enorme Erfahrung mit. Er hat einen sehr grossen Palmarès als Spieler, als Trainer auch. Die letzten Jahre hat er viel trainiert. Und für uns ist es sehr positiv. Für uns Verteidiger können wir viel lernen von ihm. Ich bin gespannt, was alles noch kommt. Jetzt du selber hast den Vertrag um zwei Jahre verlängert. Hast du dir mit dem gerade ein kleines Geschenk unter den Weihnachtsbaum gelegt? Ja, genau. Also ich habe hier einen guten Club, eine tolle Mannschaft, Stuff gefunden. Und ich bin sehr froh, dass ich in den nächsten zwei Jahren in Olten spielen darf.